hallo ich begrüße euch zu einer weiteren folge und folge mord im orient express ich hoffe ich komme die steuerung jetzt besser zurecht wir wollten noch in die zu und das werden wir jetzt so wie sie man ihn müsste aufzuchen will ich eigentlich nicht mehr an mich drücken a y war die sprich mit kappen das haben wir alles gemacht und der winders zu klick am tisch gewinnt haben das haben wir am schluss eigentlich verlasse das hotel das hotel okay dann verlassen wir das hotel na ich komme noch nicht in welche richtung müssen wir dann hier im klack treppe runter ja das sieht gut aus es sieht aber stark noch ausgang aus unsere taschen sind gepackt ich habe mein ticket und meine papiere wenn sie mir ihre geben ich trage meine lieber bei mir als ihr sekretär als mein sekretär sind sie für mein gepäck verantwortlich hektar ja er wollte dieser mann er kommt mir sonderbar vor als ob ich ein wildes tier beobachten würde in freier wild bahn mhm interessant hallo ich bin ja noch mal sprechen wir müssen zum bahnhof fahren unser gepäck ist im taxi na so schön es war ein äußerst schwieriger fall aber irgendwie gelang es herrkühle porro ihn zu lösen ich wusste dass sie es schaffen jetzt können wir uns zurücklehnen und eine entspannte zugfahrt genießen das ist sehr schön schließe kapitel null ab das hätten wir dann getan agada christis bücher wurden in über 100 sprachen veröffentlicht was sie zur meist übersetzten schriftstellerin aller zeiten macht 1971 wurde ihr von königin elisabeth die zweite für ihre verdienste und die literatur der adelstitel dame verliehen sehr schön ja agada christi ist auch was spannend ne ojojoj da ist da der ladeball getaucht ich werd's wahrscheinlich hätt ich letztes volk noch dran hängen können ne aber ich dachte jo nicht wahnhof ist dann gut 15. dezember 3 20 15 u jo bei uns ist im 15. dezember etwas kälter hm schätzen sie sich glücklich natürlich ist keine reise in diesem zug jemals gewöhnlich aber dies ist ein besonderer anlass um das 140 jährige bestehen des orient express zu feiern wird die lokomotive keine andere sein als die prächtige pacific 231 g 558 da ist er der berühmteste zug der geschichte ich kriege vor stolz ein bisschen pipi in die augen es ist zeit dass wir an bord gehen mon ami folgen sie mir der schlafwagenschaffner pierre michel wird sie zu ihrem abteil führen nach innen sie wurde 1922 in frankreich von batidiole chatillon gebaut als sie 1938 von der sncf gekauft wurde erreichte sie eine geschwindigkeit von bis zu 130 km pro stunde sie werden selbst sehen es ist wie eine zeitreise in die vergangenheit heutzutage wird der zug auf 100 km pro stunde gedrossen ich versichere ihnen dass diese geschwindigkeit mehr als ausreichend wird um sie rechtzeitig nach paris zu ihrem anschlussflug zu bringen in der zuschauerzeit können sie sich von der magie des orient express verzaubern lassen die dame mit dem ohrring hinagesehen ja ja das war die dame mit dem ohrring so spure voll gebucht bau so arm ist ihr abteil hat die nummer 202 ich fürchte jedoch dass alle anderen bereits ausgebucht sind ausgebucht aber wie kann das sein es ist unglaublich monsieur die ganze welt reist heute abend oder müssen sie für diesen ernie einen platz finden ich kann meine beobachtungsgabe trainieren während versucht wird er ein bett für mich zu finden er ist ein freund von mir er kann nummer 201 beziehen ebenso belegt monsieur was? nummer 201? oui monsieur wir sind voll alles ist ausgebucht vielleicht wegen des 140. jubiläums michel hören sie mir gut sie werden uns jetzt verlassen sie verlassen korrekt und wenn sie zurück haben sie ein bett für meinen freund aber monsieur book sie werden ein bett finden aber es gibt keine bette und für mich gibt es kein aber es ist die junge frau aus dem hotel sie möchte wieder den alten mann mit seinem kleinen freund beobachten aber selbst nicht gesehen werden mhm ok interessant was ist er mal noch? da ist er denn guck mal okay wurde alles an bord gebracht hektor in ihr abtei mr ratchet ich lasse das zimmer erneut desinfizieren wie sie es angeordnet haben ich habe auch einen anruf von den indern erhalten der verkauf geht wie erwartet über die bühne es gab nie einen zweifel daran keine weiteren anrufe hektor aus kennst oder aus venedig nein sir welchen anruf erwarten sie geht sie nichts an prüfen sie unsere tickets wir gehen nicht an bord bevor nicht alles bestätigt ist der junge mann doch sehr freundlich aber der andere der ältere mann ist doch ganz anders mhm ja ich kann nur mit dem interagieren ok dann gucken wir mal weiter da war es ups das wollte ich jetzt nicht kann ich noch ein Stück vor bitte ich würde gerne noch ein Stück vor geht nicht ok kann ich nur die zwei die die beobachtet die saß auch im hotel ne du ist noch ein junger mann mit dem handy natürlich in den Abend kann ich aber auch nicht interagieren warum nicht doch jetzt wie bringen wir müssen an bord gehen ich weiß ich weiß ich habe schon von flugachs gehört aber zugachs jetzt mach dich nicht noch über mich lustig oh gut ja sobald unser abteil fertig ist gehen wir an bord aha ok zugangst ja sie ist aber manchmal nach so irgendwie ja also zugangst habe ich jetzt nicht aber es ist manchmal irgendwie auch komisch guck mal das ist die dame mit dem ohrring richtig entspannt so kein 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 fluchtweg zu haben irgendwie ne so fühle ich mich einfach immer ein bisserl eingeengt aber nicht jetzt nicht jetzt nicht jetzt nicht jetzt wenn alles vorbei ist wenn es hinter uns liegt dann aha wenn sie doch ein dächtelmechtel die gedacht ne das war der ohrring okay okay so dann haben wir jetzt aber nichts mehr zu tun dann würde ich jetzt doch gerne in den zug gehen auszoomen auszoomen ja da gibt es noch was okay ich brauche ihn für meine spezialität am 2 Das ist nicht mein Problem. Die Gäste werden ohnehin keinen Platz für Dessert haben. Servier deinen Hummer heute Abend. Hühnchen, Aramori, muss das erste Abendessen für die Reisenden sein. Es ist reicher zu verdauen. Du bist wirklich der Egomane, für den dich alle halten. Aus gutem Grund. Ich bin die Rock. Du nur ein Waggon. Oh, hallo. War die erste Streitigkeit schon an? Boah, ich bin zutiefst beschenkt. Schön und gut. Es ist das 140. Jubiläum. Aber wer hätte denn mit einer solchen Welle an Passagieren rechnen können? Neue Verbindung. Passagiergespräche. Mein Tag. Dann schauen wir uns die doch mal an. Ich soll das mal beobachten und auf den Bahnschlüsse ziehen. Okay, dann ziehen wir mal Schlüsse. Schau, was beobachten wir es mal. In welcher Beziehung steht ein Junge zum Älteren? Er ist sein Sekretär. Definitiv, oder? Ui. Ui. Vor der Zugfahrt. Träbier. Die tischen jetzt, ob ich aufgepasst hätte. Habt ihr auch aufgepasst? Wie fühlt sich die Frau? Besorgt, oder? Wenn ich sage. Glücklich, überrascht, besorgt. Gut gemacht. Zwei Küche, worüber streiten. In die Magermöglichkeiten ist Kochen im fahrenden Zug, ihre kleine Unterkunft. Ja, eigentlich die Lagermöglichkeiten, ne? Das Kochen in einem fahrenden Zug eher nähert wir ja über die Lagermöglichkeit, weil jeder bist doch aber mit, ne? Man nennt man nur die Lagermöglichkeiten. Adäquat. Adäquat. Wen beobachtet diese Frau? Magnifique. Magnifique? Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Ha! Mit meiner Hilfe, hallo? Ah, bitte. So, wo muss ich schlafen? Ich bin gespannt. Finden muss hier ein U. Wieso soll ich die finden? Die stehen doch vor mir. Eine Lösung. Ein Passagier ist noch nicht gekommen. Ein Engländer namens Monsieur Aris. Ein Name mit guten Momenten. Na, es ist Zeit zur Abfahrt. Was kümmert mich an Monsieur Aris? Wie Monsieur wünscht, ich habe ihr Gepäck direkt in ihre Abtei bringen lassen. Leider wird Ihnen ein anderer Passagier Gesellschaft leisten. Ja. Nur für die erste Nacht. Es geht nicht anders. Ich werde es überleben, mon ami. Monsieur Buck, im Küchstrank der Küche ist nicht genug Platz, um alle meine Zutaten unterzubringen. Wie kann das sein? Seine Rezepte sind so extravagant. Wir müssen etwas auf den Bahnsteig zurücklassen. Ohne meine Huna. Ohne mich. Und die Passagiere des Orient Express müssen Ungarn? Niemals. Muss ich eingreifen? Das Problem ist eines Purses unter dich. Aber ich habe nicht die Absicht, den luxuriösenen der Welt zu verhungern. Okay. Wenn du nicht verhungern willst, geh mal hinterher. Da unten löse das Problem mit der Lagerung. Der Chefkoch und die Konditorin können nicht alle ihre Vorräte im Kühlschrank der Bordkiche unterbringen. Ich sollte Ihnen zur Hand gehen und zeige es nur um meinen Gaumenswillens. Ja, ist klar. Okay. Verrangst von mir, dass ich meine Spezialität später serviere. Wer sagt? Beruhigen Sie sich, mon ami. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Ist das eine Abbildung des Kühlschrankinneren? Darf ich sie sehen? Ja. Er weigert sich, sie sich anzusehen. Oh, die Nationalität. Kann ich jetzt nicht sagen. Alter. Was sind meine für Auswahlgenöchstigkeiten? Sie bin eine 20. Beruf Hebamme, Konditorin war es, ne? Ob sie Amerikanerin ist. Was gibt es zur Auswahl? Marokkanerin, Spanierin? Nee, dann Amerikanerin. Du bist ja Ethikerin. Ah, ich muss runter. Das war einfach. Jo. Spanisch sieht es halt auch nicht aus, ne? Ah, du bist der Plan. Oha. Soll, ach, ich soll Puzzle? Sag's doch. Ich soll Tetris spielen. Kann ich die Teile drehen? Warte, warte, warte. Eins, zwei, drei, drei. Kann ich drehen? Ich muss mal gucken. Nee, du. Oh mein Gott. Was tue ich denn? Geh mal zurück. Und das so ohnehin. Ja. Hier runter. Dann das. Jetzt sieht es mal schlüssig aus, ob es am Ende passt. Sei da hingestellt, ne? Ich probiere mal das. Yes, das mache ich, was ich hier alles machen muss. Damit die Ruma in den Kühlschrank passt. Shut up. Das war falsch. Wenn ich nicht drehen kann, wird's blöd. Könnte ich drehen? Kann ich aber nicht. Kann ich überspringen? Bitte. Mach mal das raus. Habe ich jetzt gerade immer die Geduld dazu? Ja, hallo. Das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Das ist auch falsch. Aber ich habe eine bessere Idee. Jetzt mal raus. Oh. Jetzt bin ich ganz raus. Fangen wir nur an. So. Alexandra, denk. Streng die graue Zelle an. Probieren es noch mal mit dem zuerst. Schieben dann du ins Bruna, wenn ins passt. Ja, das. Ne, das nicht. Was kennst du, Bruna? Nö. Also, das wieder weg. Achtung. Gibt's so irgendwo Springe? Überspringen, bitte. Ich meine, ich hab früher ja gern Tetris gespielt, aber in dieser Aufmachung hatte ich's noch nicht. Ich hab früher nochmal probiert. Und immer probieren, wenn es ohne Wunger zuerst hat. Probieren wir das drüber. Probieren das drüber. Ja, fertig. Das ist entweder das oder das. Hilfe. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ja, das könnte passen. Yes. Yes, Sir. So, ich hätte alle Vorräte im Kühlschrank verstaut. Wo lag denn euer Problem? Et voilà. Et voilà. Wir haben das Abendessen für morgen gerettet. Ich sehe die nicht. Heute Abend befindet sich im hinteren Teil des Wagens der zweiten Klasse. Nr. Guck mal jetzt einfach mal. Ups. Da ist die Tür. Guten Tag. Guck mal. Danke, Monsieur Michel. Ich bin froh, dass Sie mich unterbringen konnten. Genau. Ein da. So. 100 Mal. Oh je. Wer bist denn du? Hallo? Oh, ich bitte um Verzeihung. Danke. Guck mal jetzt nicht jedes Zimmer, oder? Ja, hier geht's lang. Zweite Klasse. Das WC gucken wir aber mal rein, oder? Moment. Ich will mich nur kurz umgucken. Aber geht doch. Also Verzug. Wir sehen, ist doch das jetzt nicht schlecht. Warte, ich zoome wieder raus. Ja, da muss ich ein bisschen klarkommen mit der Steuerung. So. Zimmer 102. 106. 105. 104. 103. 102. Bitteschön. Da wären wir. Mit dir? Ach, mit dir? Entschuldigen Sie. Ich glaube, Sie sind hier falsch. Nee, ich glaub nicht. Monsieur Erich? Nein, mein Name ist McQueen. Ich... McQueen? Es gibt keinen anderen Schlafplatz im Zug, Monsieur. Alles ist vorbereitet. Sie haben das obere Bett. Abfahrt ist in einer Minute. Der Zug ist erstaunlich voll. En voiture! Sir, wenn Sie lieber das untere Bett haben wollen. Der Einfachheit halber, Sie wissen schon. Es würde mir jedenfalls nichts ausmachen. Nein, nein. Sie sind zu nett. Es ist nur für eine Nacht. Bis Belgrad. Oh, versteh schon. Sie steigen in Belgrad aus? Nicht ganz. Der ist aber wirklich nett, den zuvorkommend. Ne? Ops, Massache. Okay. Hier würde ich aber dann Nachte-Cut machen, weil wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Ist interessant, dass wir ausgerechnet dort übernachten, ne? Wir sind jetzt gerade in Sibirien. Wir waren eben noch in die Türkei. Na dann weiß ich, ne? Ich bin echt gespannt, was weiter passiert. Wie die Geschichte weitergeht. Ach, jetzt fängt es ja schon an. Interessant. Okay. Dann habe ich jetzt drei Folgen Vorspann gebrochen. Weder bin ich zu langsam oder der Vorspann ist zu lang. Ich würde sagen zweiteres. Definitiv. Zwei der Abfahrt des Zuges aus Istanbul ist eine Nacht vergangen. Der zweite Tag der Reise neigt sich dem Ende zu. Der zweite Tag. Okay. Habe ich ein anderes Abteil gekriegt? Oder Mosier-Büro? 16. Dezember, 19 Uhr. Erste Klasse. Geht's dola? Aha. Mesdames, Messieurs, das haben jetzt nicht serviert. Sie können sich zu den anderen Passagieren im Restaurantwagen gesellen. Sorry, dass wir natürlich laufen, ne? Es geht. Trifft du im Restaurantwagen? Genau. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.